Achtung für den Ton und Ton ab. Theater, Theater, der Lappenjöpfchen geht hoch. Willkommen zu Theater Eisleben, Geschichten aus 70 Jahren. Ich bin heute hier mit Sebastian Wernitzer. Hallo Sebastian. Hallo Logan. Sag mal, wer bist du denn, was machst du und seit wann bist du denn hier am Haus tätig? Wer bist du, hast du doch gerade gesagt. Ja, ich bin Sebastian Wernitzer. Ich bin gebürtig aus Thüringen, geboren in Friedrichroda, dem Davos des Ostens. Lebe seit über 20 Jahren in Potsdam. Und nächstes Jahr werde ich 50. So. Und wie war die Frage weiter? Und seit wann bist du hier tätig am Haus? Seit wann bin ich hier tätig am Haus? Eigentlich war ich mit Uli Fischer verabredet, wenn ich mich, ja, zum ersten Mal hier zu arbeiten 2020. Und dann hat uns das Arschloch Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann war ich 2021 zum ersten Mal hier. Und was waren denn deine ersten Erfahrungen mit Theater im Allgemeinen? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, als allererstes habe ich im Kindergarten den Großvater gespielt, in dem russischen Märchen da, wo die die Rübe rausziehen. Und der Großvater schafft es nicht. Und dann kommt die Großmutter und die Kinder und die Enkel. Und am Ende kommt eine Maus und zieht mit. Dann schaffen sie es, die Rübe rauszuziehen. Und dann war, meine Mutter war Französischlehrerin in unserem Dorf da. Und immer wenn die Partnergemeinde aus Frankreich kam, hatte sie ihrem dreijährigen Bengel drei Zeilen Französisch Gedichte beigebracht. Und die habe ich dann aufgesagt. Und dann später in der Schule, das war auch sehr lustig, ich hole aus, oder? Nee, erzähl, erzähl. Wie war denn das? In der elften Klasse musste man so eine Projektjahresarbeit schreiben. Und ich hatte einen sehr guten Freund, der war ein Jahr über mir. Und dem habe ich geholfen, als er in der elften war, eine Arbeit über die französische Revolution zu schreiben. Und wir haben wochenlang in der Bibliothek gesessen und gelesen und dann geschrieben und formuliert. Und das war mir zu anstrengend. Das wollte ich nicht ein Jahr später für mich selbst nochmal selber machen müssen. Und da habe ich meine Deutschlehrerin gefragt, ob wir nicht einfach eine Theaterinszenierung machen können. Und da hat die gesagt, ja. Und dann habe ich ein paar Freunde zusammengesucht, denen das genauso ging, die dann mitmachen wollten. Und dann waren wir so vier. Und ja, dann wusste ich nicht. Dann habe ich meine Mutter gefragt, sag mal, kennst du nicht ein Theaterstück mit vier Personen? Und dann habe ich ein bisschen überlegt. Und dann habe ich gesagt, jo, Warten auf Godot von Beckett. Und dann haben wir ungestrichen Warten auf Godot gespielt. Und wir waren damals schon ganz naturbewegt und so. Da in diesem Stück gibt es einen Baum, der ist im ersten Akt kahl. Und im zweiten hat er einen Blatt. Und als wir jetzt dann daran gingen, das zu erarbeiten, war uns klar, natürlich, wir brauchen einen Baum. Warum? Aber weil wir schon ganz naturbewegte junge Menschen waren, wollten wir nicht für unseren Theaterkram einen Baum aus dem Wald holen. Wie können wir das machen? Naja, und dann haben wir noch einen Kumpel gefragt, ist jetzt auch Schauspieler übrigens, ein berühmter Schauspieler, Kai Schumann. Der war mit mir da auf der Schule. Den haben wir gefragt, würdest du für uns den Baum spielen? Und hat er gesagt, jo, das mache ich. Und pass auf, wir stellen uns das so vor, du stehst da einfach nackt. Und mit ausgestreckten Armen und bist der Baum. Und im zweiten Akt, dazwischen ist ja eine Pause, da malen wir dich grün an. Naja, und dann waren wir schon ziemlich zum Ende und dann wollten wir das mal probieren. Aber das dann hatten wir schon rausgekriegt, noch ohne Internet hatten wir rausgekriegt, wie teuer Körperschminke ist. Das war uns dann von unserem Taschengeld zu viel. Na, dann nehmen wir einfach unseren Gurschkasten. Und dann haben wir ihn grün angepinselt. Er hat darauf bestanden, sein Geschlecht selbst grün malen zu dürfen. Und dann haben wir den zweiten Akt angefangen zu spielen. Und auf einmal schwankte Kai und schwankte und drohte umzufallen. Mir ist ganz schwindelig. Und da fiel uns dann ein, scheiße, durch Gouachefarben kann man ja gar nicht atmen. Die Haut kann nicht atmen. Los. Und dann sind wir ins Bad geflitzt und er hat sich abgeduscht. Und ich hatte damals zu der Zeit eine kurze grüne Schlafanzukhose. Wir haben uns dann entschieden, dass er im zweiten Akt mal eine kurze grüne Schlafanzukhose als Blatt anhat. Und dann haben wir das im Landestheater Eisenach zu den Schülertheatertagen aufgeführt. Und weil ungestrichen warten auf Godot irgendwie dreieinhalb Stunden dauert, konnte der natürlich nicht die Arme die ganze Zeit so gespreizt halten. Und dann hat er sie mal langsam nach unten und wenn er wieder Kraft hatte, wieder nach oben geführt. Unter der Presse stand dann ein Sinnbild für die langsam dahinschwindende Zeit. Wir waren sehr stolz auf uns. Also, möchtest du damit sagen, dass der nackte Baum die erste große Rolle von Kai Schumann war? Ich würde sagen, ja. Sebastian, kannst du dich denn noch an dein erstes Stück in Eisleben erinnern? Was war das denn? Das war die Extrawurst. Und wann hast du das gemacht? Das war dann, das war 2021, ein Stück. Naja, die Zuhörer haben es ja gesehen, oder? Wie fandest du denn die erste Probenzeit hier in Eisleben? Das ist doch schon 100 Jahre her. Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir ganz wenig Zeit. Ich glaube, man hat immer zu wenig Zeit. Ja, letztlich, egal wie viel Zeit man hat. Am Ende sagt man immer, Mensch, wir haben zu wenig Zeit gehabt. Ähm, nee, ich denke, warm und gern daran. Und was hast du seitdem hier für Stücke gemacht? Weißt du doch, was, was, das, was habe ich jetzt schon eine ganze Menge. Ich habe die Extrawurst gemacht, wo ein Tennisverein in Streit gerät über die Anschaffung eines neuen Grills. Ich habe danach gemacht, wo es um das Leben einer Eintagsfliege geht, dass das Wildschwein und der Fuchs ihr wunderbar gestalten. Dann habe ich gemacht Rapunzel, das Weihnachtsmärchen. Und dann habe ich gemacht die Golden Boys von der Baustelle, ein Gesangswettbewerb österreichischer Bauarbeiter. Und zwischendurch habe ich noch bei Kabale und Liebe den Präsidenten gespielt, den Vater vom Ferdinand, den liebenswürdigen. Jetzt mache ich gerade Lorios dramatische Werk. Für unsere ZuhörerInnen, wir haben in der Folge über Kindertheater schon oft über Neuen Tag gesprochen. Was ist denn für dich das Besondere an diesem Stück? Weil es wurde sehr viel gelobt von den Kolleginnen. Und das ist ja für, sage ich mal, Kindertheater eine ganz besondere Message gewesen damals, die sonst nicht so oft in vielen Kinderstücken zu finden ist. Ja, naja, das Besondere ist, und das ist ja irgendwie schon seit ein paar Jahren auch als Sujet für Kinder entdeckt worden, dass man über den Tod redet und über die Endlichkeit des menschlichen Daseins. Und erzählt an der Kante, der Alterskante, wo das den Menschen zum ersten Mal bewusst wird, dass man endlich ist. Das ist das Besondere daran. Und gleichzeitig auch, dass das mit so viel Humor erzählt wird. Gibt es für dich denn einen Unterschied, wenn du ein Kinderstück oder was für Erwachsene, sage ich mal, inszenierst? Mir fällt auf, dass die Witze im Team so bei Kinderstücken immer irgendwie versauter sind als bei Erwachsenenstücken. Wenn man so im Team scherzt. Nee, ansonsten, nein, gilt es genauso ernst zu nehmen wie ein Erwachsenenstück. Und es ist genauso schwierig zusammenzubauen. Und es ist ein genauso lustvolles Arbeiten für Erwachsenen wie für Kinder. Und sagen ja auch immer alle, die sind ja auch noch viel erbarmungsloser. Die lassen es einen schneller spüren, wenn sie es doof finden. Und von den Stücken, die du vielleicht auch hier gesehen hast, oder du kannst auch einen aus deinen eigenen nehmen. Hast du denn in Eisleben so ein Lieblingsstück oder eins, was dir sehr im Herzen lag oder was dir sehr gefallen hat? Äh, ich fand alles gut. Außer, nee, ich fand alles gut. Nein, nein, nicht. Der Toningenieur muss lachen. Aber er versucht es zu unterdrücken. Lach ruhig. Nee, es, ähm, ich, also ich habe ja nicht alles gesehen, seit ich, übrigens fand ich eben, als ich aufgezählt habe, was ich hier schon gemacht habe, dass es voll viel ist für zweieinhalb Jahre. Sechs Sachen oder so. Ja. Fünf, sechs Sachen. Ja. Und ich könnte schon wieder. Na, was mir sehr gut gefallen hat, war natürlich Sonderling. Es war eine große Party da im Haus immer. Und es war gut besucht. Und das Ding, es hat mir auch sehr herausragend gefallen. Es war schade, als ich es gesehen habe, dass so wenig Zuschauer da waren. Also relativ wenig im Vergleich zur Sonderling. Wie wenig dieses Vor-Sonnen-Aufgang. Ja. Das fand ich sehr beeindruckend. Ja. Die Sonderling war ja sehr beliebt. Ich weiß gar nicht, wie lange wir das gespielt haben am Ende, aber es waren einige Jahre. Und es ist, du führst, man kann ja fast sagen, du führst es ein bisschen weiter. Jetzt haben wir wieder ein Stück mit viel Musik dank dir. Die Golden Boys meinst du? Die Golden Boys, ein ganzes Musical. So zu sagen, ne? Ist es ein Musical? Es ist ein Liederabend. Letztlich, ne? Wollte ich sagen, eigentlich ist es ein Liederabend. Lose, verbunden durch eine heiltere Geschichte. Und wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal hatten, aber wir haben zu einem der ersten Male seit langer Zeit wieder richtige Choreografien drin. Und das finde ich auch gar nicht so schlecht. Kannst du die Choreografen denn schon vorher oder wie bist du da rangegangen? Ja, die Choreografen, mit der habe ich schon öfter zusammengearbeitet. In diesem Jahr sogar zusammenhängend fast ein Vierteljahr, bevor wir hier gearbeitet haben, haben wir direkt davor, haben wir zusammen an der Dieslöö gearbeitet, da diesem Kabarett in Berlin. Aber wir haben schon mehrere Projekte zusammen gemacht. Wir kennen uns schon, wir kennen uns seit, Marita Erxleben und ich, wir kennen uns seit 20 Jahren aus Potsdam. Sebastian, was ist denn für dich das Besondere am Theater Eisleben? Nein, also ist es ja, ist irgendwie, ist es ja grundsätzlich einfach ein Schatz in so einer dünn besiedelten Gegend ein Theater zu haben, das ist ja ganz goldwert irgendwie und wunderschön, dass es das gibt. Und dann, also das finde ich, und jetzt wirklich nicht um hier irgendjemandem ohne ums Maul zu schmieren. Das ist, also wenn man das mit anderen Theatern vergleicht, eine so kleine Mannschaft und so auf Kante genäht. Es ist ja praktisch jede Abteilung ist eine Ein-Person-Abteilung. Man die Requisite nimmt, die Maske, die Ankleider und alle sind so mit Herzblut und ich glaube auch wieder das deutsche Arbeitszeitgesetz machen und tun, damit die Sachen hier laufen. Und wenn mal einer von der Brücke muss, ist da trotzdem dann einer da, obwohl die Abteilung gerade hier funktionieren würde und das ist schon beeindruckend und besonders. Hast du denn von deiner Zeit hier eine Lieblingsgeschichte vom Haus? Ach, da gibt es so viele mannfaltige Geschichten, dass ich gar nicht weiß, welche ich erzählen soll. Außerdem hat mir die Redaktion gesagt, ich solle vielleicht lieber doch keine erzählen, weil die immer so versaut sind, die Geschichten, die ich erzähle. Sebastian, du inszenierst gerade Loriot. Also, wie ist es denn für dich, also vielleicht um eine Frage, aber wie ist es denn für dich, so ein Machwerk wie Loriot zu inszenieren? Ja, naja, das, also, alle kennen es. Jeder kennt, sagen sie jetzt nicht, Hildegard. Jeder kennt, das Ei ist hart. Jeder kennt ein Klavier, ein Klavier. Und insofern gibt es natürlich Erwartungshaltungen, die, wenn man mit diesen Texten, mit radikal eigenen Ideen herangeht, nur enttäuschen kann. Deswegen ist, also ist die erste Arbeit bei diesem Loriot ist ja, sich hinzusetzen, zusammen mit der Dramaturgie die Texte zu sichten. Und dann fängt an, dass man seine Darlings killen muss, weil man will auf zwei Stunden kommen und dann will der unbedingt den Sketch drin haben. Der geht nicht, weil wir ihn nach der festgesetzten Ensemblegröße nicht besetzen können. Und dann fällt eine Perle nach der anderen raus, bis man so viele noch übrig hat, dass man zwei Stunden zusammen hat. Und dann sagt man ja, dass der Loriot soll ja ein liebenswerter Pedant gewesen sein in seiner Arbeit. Und wenn man diese so verdichteten Texte dann beginnt, auf die Bühne zu bringen, merkt man, dass man das wahrscheinlich gar nicht anders kann. Und so sind wir über die letzten sechs Wochen alle liebenswerte Pedanten geworden. Und um ein bisschen Werbung natürlich für dein neues Stück zu machen, wie würdest du denn ganz kurz und knapp Loriot's dramatische Werke beschreiben? Es soll heiter wirken. Und es tut es. Sehr schön. Zum Abschluss, was wünschst du denn dem Theater-Eisleben für, sagen wir mal, die nächsten 70 Jahre? Naja, zu Förders, dass es nach den nächsten 70 Jahren noch ein Theater-Eisleben gibt. Und weiterhin so engagierte, coole, enthusiastische MitarbeiterInnen. Und dass es vielleicht mal irgendwann wieder Zeiten gibt, wo man nicht darüber nachdenken muss, wie können wir noch weitere Synergien heben. Sondern wo man mal wieder wachsen kann und zwei Menschen in der Maske arbeiten oder drei. Und ein Zweiter in der Requisite und so. Und natürlich, dass Sie, die uns jetzt anhören, kommen. Kommen, kommen die nächsten 70 und 70 und 70 Jahre. Vielen Dank, Sebastian. Sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen. Das war mir ein Vergnügen.